Hallo Wiki, wir sind online. Wiki ist ein Citizen-Science-Projekt in der Pflege, das sich dem Ziel verschreibt, die fachlich und ethisch reflektierte, kriterienorientierte und begründete Entscheidung zu stärken. In Wiki teilen wir Pflegende unser Wissen. Zum Beispiel das Wissen, wie kriege ich das Gurkenglas auf. Hier wurden wir gefragt von zwei Personen, wie kriegen wir das Gurkenglas wieder als einzelne Person auf. Die bisherige Lösung war, einer hält unten, der andere dreht oben am Deckel. Und das war unbefriedigend. Man wollte wieder das ethisch-moralische Ziel auch verfolgen, allein und selbstständig so ein Gurkenglas zu öffnen. Wir haben dann gesagt, okay, was haben wir verstanden? Ich soll eine Hand bzw. ein Handpaar entfernen, also unnötig machen. Kam dann auf vier verschiedene Lösungen. Bei dieser Lösung wurde gesagt, das können wir nicht machen. Ich kann ein Gurkenglas nicht nach oben heben, also muss es drehmalresistent sein und es wurde gesagt, wir dürfen keine Batterien verwenden. Dann haben wir noch zwei Lösungen gehabt, von der die eine in der Größe als zu groß bewertet wurde und die andere wurde gesagt, okay, das ist völlig in Ordnung so und haben das Problem gelöst. In der Praxis kam dann raus, mit so einer Lösung kann ich aber keine Boxbeutelflaschen aufmachen, was sicherlich sehr regional ist, was aber die Komplexität in der Pflege nochmal schön abbildet. Das Thema Rauchmelder. Wir wurden gefragt von der Person, die im Rollstuhl saß, ob es nicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, Rauchmelder auszuschalten oder zu quittieren, weil immer wenn sie allein kocht, dann geht oben der Rauchmelder los, obwohl ganz klar, es ist einfach nur ein Störalarm. Für eine andere Person hatten wir das gleiche Problem. Da ging es tatsächlich um ein Sturzrisiko, weil natürlich in der Hektik dann der Rauchmelder ausgemacht wurde. Wir haben hier jede Menge Rauchmelder gefunden. Zu ganz vielen ist die Tabelle auch unausgefüllt, weil wir gesagt haben, das Kernkriterium, dass wir was einschließen, ist, dass wir eine Fernbedienung haben, mit der wir einen Rauchmelder stumm schalten können. Da haben wir jetzt von 35 Lösungen auf 7 Lösungen reduziert. Wir haben dann mit verschiedenen Leuten, die uns besucht haben, über Rauchmelder gesprochen, haben gesagt, was ist für euch denn wichtig, worauf muss man achten, was müssen wir noch bedenken. Dann haben ganz viele gesagt, naja, wenn es so blinkt oder wenn es leuchtet, dann kann ich nicht schlafen. Das heißt, schaut drauf, dass es keine Status-LED gibt, die leuchtet. Also haben wir das auch nochmal angewendet und haben dann nur noch drei Lösungen, mit denen wir umgehen können. Wir haben mit den Leuten gesprochen, haben gesagt, wir wollen eine Lösung, in der ich keine Batterie wechseln muss, also eine Langzeitbatterie verbaut ist und wir hätten gern die Möglichkeit für später, dass ich so eine Blitzleuchte verbaut habe, falls ich mal mit dem Hörgerät auch den Rauchmelder nicht mehr hören könnte. Und so kamen wir auf diese Lösung hier, die wir dann eingesetzt haben. Wenn ich jetzt sage, ich brauche eben kein Blitzsignal und will ja auch keine Leuchte haben, komme ich möglicherweise auf andere Lösungen. Diese Lösung hier, die ist so, dass sie tagsüber ein Signal gibt, also ein LED am Blinken ist, das nachts aber erlischt. Ja, kann ja auch sinnvoll sein, dass ich einfach wissen möchte, wie ist denn der Status, wenn ich nicht im Raum schlafe, sind die anderen Lösungen auch völlig geeignet oder wenn es mich nicht stört. Das heißt, eine Bewertung, da wird ein Kriterium eingefüllt, also da leuchtet was oder leuchtet nicht, entscheidet nicht, ob eine Lösung gut oder schlecht ist. Wir verwenden ohnehin nicht die Begriffe gut oder schlecht, sondern wir sagen nur, wir haben einen Bedarf, der hat bestimmte Kriterien und es gibt Lösungen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Und wenn das zueinander passt, dann haben wir eine bedarfsgerechte Lösung und das ist unser Ziel, das wir in der Pflege verfolgen. Wie komme ich jetzt aber an dieses Wissen, wenn ich nicht weiß, was es gibt, wie irgendwas heißt, dann ist es schwierig, das zu erschließen. Wir haben hier eine Forschungswohnung von der Hochschule Kempten, wo wir freundlicherweise Fotos machen durften und die Kollegen dort haben das gleiche Problem, wie wir es auch immer erlebt haben. Es kommen Leute zu Besuch, sehen einige Dinge und sagen dann, was war denn das nochmal? Und es ist unglaublich mühsam und aufwendig nachzufragen, was man gesehen hat und auch aufwendig dann die Lösung nochmal zusammen zu suchen. Und wir haben gesagt, wir müssen das einfach im Raum verfügbar machen. Man weiß, der Rauchmelder war oben an der Decke. Dann kann ich da drauf gehen und die Tabelle kennen wir jetzt einfach schon. Ich kann dann nochmal gucken, was war denn denen nochmal wichtig, irgendwas zu entscheiden. Welche Lösungen gibt es denn noch? Und von hier aus kann ich dann wieder auf Wiki gehen, komme dann wirklich bei meinem Fall auch raus. Ich kann gleichzeitig auch sagen, ich war vielleicht auch in einem anderen Gebäude, hier in Tübingen im Lebensphasenhaus. Ich kann auch nochmal durch das Gebäude durchgehen und mich erinnern und weiß dann, ja, im Schlafzimmer an der Decke habe ich so einen Rauchmelder gesehen. Auch hier habe ich wieder die Tabelle. Und im Lebensphasenhaus in Tübingen ist es so, dass die Gäste von Senioren- und Technikbegleitern durch das Haus geführt werden. Und da wird natürlich auch darüber gesprochen, über die Gegenstände, die man hat. Jetzt kann man hier nicht jeden Rauchmelder, den es gibt, an die Decke schrauben, aber man kann über diese virtuelle Möglichkeit durchgehen und sagen, ah, ich habe einen, mit dem bin ich total zufrieden, warum ist der nicht in der Datenbank, kann man den bitte mit aufnehmen? Und dann wird das Wissen ergänzt. Genauso können die Leute sagen, okay, Stummschalten, Status-LED sind ja nette Dinge, aber für mich war XY total wichtig. Und wir können dann entscheiden, welche Kriterien wir im nächsten Fall anwenden. Und dann wird das Wissen auch wieder zu einem Return of Invest. Hier sind wir in Stuttgart, in der Aladin-Musterwohnung der Evangelischen Heimstiftung. Hier haben wir jede Menge von diesem Wissen entwickelt zum Thema Rauchmelder. Und wir haben jetzt schon gemerkt, auch wenn wir an der Stelle nicht mehr weiterentwickeln, es kommt immer wieder Wissen von außen zurück. Und wir haben eine Datenbank oder eine Sparkasse, eine Sparschwein mit Wissen, wo sich das einfach immer weiter vermehrt und ein bisschen Zinsen bringt. Wir sagen, wir wissen nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr. Und in genau diesem Sinne haben wir einen ersten Aufschlag gemacht, was aus unserer Perspektive wichtig sein könnte an Wissen für die Pflege. Wir haben erst das Wissen abgebildet. Wir freuen uns aber total über Rückmeldungen. Was können wir besser machen? Wo sind kleine Schreibfehler drin? Wie soll Wiki in der Zukunft ausschauen? Wir wollen das Wiki gemeinsam entwickeln. Wir suchen Co-Entwickler und freuen uns auf den Rest von unserem Jahr der Pflege 2020. In diesem Sinne verbleiben wir, wie immer, mit dem Abschluss. Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr. Also, wir stellen uns vorfassern. Wir setzen uns wieder dazu. Was vimos hier im Abschluss.